Ja, herzlich willkommen, guten Abend zum zweiten Abend des großen Sommer-Special-Streamings aus dem Lütz vom Kulturbüro des Kreis Siegen-Wittgenstein zusammen mit dem virtuellen Hut. Heute, ihr seht es schon, geht es ein wenig härter zur Sache. Wir haben einen Rockabend hier vom Feinsten, glaube ich, anzubieten. Es gibt dazu noch zwei Jubiläen und eine Premiere. Wir haben zum einen heute die 25. Ausgabe des virtuellen Hutes. Wer hätte das gedacht, als wir angefangen haben? Jetzt sind wir schon bei 25, also silbernes Jubiläum. Dazu spielt ein Plattenalbum heute Abend eine Rolle, das in diesem Jahr 50 Jahre alt geworden ist, die Purple in Rock. Und eine Premiere will ich ankündigen, das ist nämlich die Premiere der Europas bester Tribute Band, wie man das so schön sagt, die Purple Tribute Band, Demons Eye. Also die sind heute zum ersten Mal im Stream, sonst immer live. Und Corona-Kurios war auch die Entstehungsgeschichte dieses Konzertes. Wir haben am 20.03. war es ursprünglich geplant. Dann haben wir verlegt, aufgrund Corona, auf heute natürlich live geplant. Und dann klappte das leider auch nicht. Und dann haben wir uns länger unterhalten, haben gesagt, machen wir es denn, machen wir es nicht. Und haben gesagt, ja, wir machen das. Wenigstens wollen wir das und dieses Feeling doch rüberbringen. Und ich denke mal, am Wohnzimmer kann man es auch ganz gut erleben. Ja, natürlich der Hinweis darauf, wir haben hier heute mit dem Genre zu tun, die eigentlich noch ganz weit im Shutdown liegen. Rockmusiker, Rockbands, Clubs und so weiter dürfen alle nicht spielen in der Form, wie sie es normalerweise gewohnt sind, können keine Konzerte veranstalten. Also wirklich die Truppe von Menschen und Institutionen und Bands, die am härtesten getroffen sind und wahrscheinlich auch noch am längsten. Deshalb gibt es, wie immer, den Hinweis, spendet hier für die Bands. Das sind Profimusiker, die leben davon. Und da kann man zwei Dinge wählen. Man kann einerseits den Donate-Button drücken auf der virtuellehut.de oder da ist auch dann ein Hinweis auf ein IBAN-Konto bei der Sparkasse, glaube ich, wo man die IBAN-Nummer erfahren kann und dementsprechend da eine Überweisung tätigen kann. Ja, aber jetzt habe ich genug geredet. Welcome to Demon's Eye! Mal zwei von Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, das war ein weniger bekannter Song von die Purple. Ja, ja, ja. Wir haben im Lütz ein ausverkauftes Konzert gespielt, aber wir freuen uns wirklich sehr, dass wir beim virtuellen Hut mitmachen dürfen. Apropos virtueller Hut. Ja, ja. 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 I must remain inside this silent well of sorrow A strand of silver And in prudent sky Touching more than you see The voice of ages in your mind Oh, in heaven Oh, is the spirit safe? I am alive Tears are lost and fall around And if you hear me talk about the wind You have to understand We must remain perfect strangers I can see what's gonna be It's in my head, yeah I can't see what's wrong with me This ally in my bed Man, who is not my brotherhood I am alive I am alive I'm dying as I'm living like that I was born And so distant to you The reasons I cried and the reasons I had FootpathICS Woh-oh-oh-oh 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 Woh-oh-oh-oh-oh Woh-oh-oh-oh No! Woh-oh-oh-oh-oh Da war ich noch letzte Woche Joggen, ich hab keine Luft mehr. Ja, nee. Musst du dich erst mal verschnaufen, Jungen. Ja, warte mal. Ich muss mal kurz Luft holen. Ich bin nämlich wieder zugenommen. Vielleicht kann ich an der Stelle erwähnen, sollte das, was wir bis jetzt gespielt haben, Sie noch nicht abgeschreckt haben, teilen Sie bitte unseren Stream auf Facebook, Instagram, wo immer es geht. Ich habe gerade eben gelesen, wir sind jetzt 200 bis 300 Leute. Da schaffen wir noch ein paar mehr im Laufe des Abends. Alle mal nach der Tagesschau kurz pinkeln. Jetzt kann es richtig losgehen. Ja, wie einige von euch wissen, wir waren eigentlich auf Deep Purple in Rock Tour. Dann wurden wir leider ausgebremst. Wodurch? Weiß ich nicht. Deswegen erlauben wir uns, oder wir gönnen uns jetzt einen kleinen Deep Purple in Rock Blog für euch, für uns, der Deep Purple in Rock Blog. Schöne Wir haben uns, Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich bekomme eine Nachricht gerade vom Maik. Liebe Grüße, Maik. Der Jan, der arme Schlucker, ist seit Januar frisch dabei. Seine erste richtig erfolgreiche Tour mit Demon's Eye hat vier Konzerte gedauert. Und Maik, danke für deinen lieben Grüß. Schön, dass du zuguckst. Aber jetzt müssen wir mal an eins denken. Ist Maik nicht häufiger auch in China unterwegs? Ist er nicht auch gerne Fledermaus-Mettwurst? Nachtigalli, ich höre dir Trapsen. Normalerweise sagt der Daniela an dieser Stelle, das nächste Stück muss nicht angekündigt werden. Nein. Deswegen tue ich das jetzt selber. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ja. 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 Wait for the ricochets I'm crying for you, dear mate Ooh Ah, ah, ah 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, we've been losing our mind Ich glaube, damit haben wir mindestens zwei Wünsche erfüllt Gerade in dem Moment, wo das Riff anfing, war es sich mistreated Und wir haben auch das Catch the Rainbow von ganz am Anfang kurz zitiert, glaube ich Zwischendurch kamen gehässige Kommentare Gerade Daniele, irgendwer schrieb, Gillen hatte auch die Phase mit den Funden Und man habe wohl fleißig gespendet, aber nicht, damit du die Haare schneiden lässt Wenn auch Sie spenden möchten, geht das über dervirtuellehut.de Dort gibt es eine IBAN und auch einen Paypal-Link Wir versprechen, wir werden es nicht für Friseurversuche Außer für den André vielleicht verwenden Lieber Gruß an die Dirtsheets, sehr, sehr geiler Post Vielen Dank, ich denke an euch, man sieht sich Noch ganz kurz zu dem Song habe ich jetzt hier noch eine kleine Geschichte Und zwar haben wir letztes Jahr, letztes Jahr war das in Bad Pyrmont Haben wir in Bad Pyrmont gespielt und ich kam dann gerade so bei Marx Solo mache ich ja immer kleine Päuschen, Arbeitsverweigerung, kennt ihr ja Gehe ich runter, stehe ich da, hole mal kurz Luft, gucke mir die Show an Kommt eine ältere Dame zu mir und fragt mich so bei der Hälfte des Sets Wollen wir denn mal mit dem Krach aufhören, mal was Nettes spielen könnten? Ja, für die ältere Dame, die sich bei mir beschwert hat Und für jeden, der eine gute Ballade zu schätzen weiß, ist dieser Song I have often told you stories about the way I live the life of a drifter Waiting for the day When I take your hand and sing you songs That maybe you would say I blame you and love me That would surely stay Though I feel I'm growing older And the songs that I have sung Echoing the distance Like the sound of the windmill going round I guess I will always be A soldier of fortune The Water But h complic Mental In a designed and hangingdom These songs are the same Can I Can i So Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung 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 des ZDF, 2020 Und jetzt übergeben wir, klar und klar und klar und deutlich hier sagen, danke an euch, das ist so ein Zeichen der Solidarität, die wir im Moment gebrauchen können. Ja, morgen geht es weiter hier mit einem komplett anderen Programm, Kabarett ist angesagt, aber auch da ist so ein kleines Highlight, Weigand und Genär machen ihren letzten Auftritt, wir haben sie nochmal dazu bewegen können und das heißt natürlich morgen wieder einschalten und ja, mehr will ich gar nicht sagen, ihr haut noch einen raus, oder? Ich lese wunderbar, dann weiterhin Spaß und einen schönen Abend noch. Ich Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020